Wir sind die Organisation von der Lützbäuer Privatbüschbesitzer zu Lützbüsch. Rund 45% von der Büschfläche zu Lützbüsch sind ein privater Hand. Wenn wir 2000 Mäbenen und das Feiermörder bestehen, können wir die Leute informieren, beraten und weiterbilden. Kommt und denkt, dass ich stand auf der Feuerrikoll 2013 zu Etelbreck. Wir bieten euch Informationen zur Pflanzung, zur Forstung, zur Weiterbildung und zum Thema Weltschritt. Als persönlichen Highlight können dabei ist 25 Barmachten, Südplus, live und decken an den Parken.